Und da sind wir ja wieder zur nächsten Folge von... Oh, das war gerade meine IC-Flasche? Ey, da sind wir wieder zur nächsten Folge von Road to Commander. Und jetzt werden wir kurz mal das Zwischenbilanz ziehen. Er ist deutlich besser. Level 9 ist er und ich bin erst Level 7. Wie weit bin ich denn vor Level 8 entfernt? Oh, ich bin fast Level 8, aber er ist wahrscheinlich auch fast Level 10. Ich habe noch heute unter 1, aber das werden wir jetzt noch ändern, hoffe ich mal. Ja, wir haben uns unseren Katlan-Pack gemacht und ich würde mal sagen, such mal eine neue Runde. Okay, jo. Herrschaft, ne? Wenn du willst, kannst du gerne Herrschaft suchen. Ist okay. So, willst du meine Katze wissen? Ja, sag mal. 3,777. Okay, das ist... Das ist fairen... Ich habe nur erst wenig Abschlüsse. So. Okay, jetzt habe ich 68. Kann ich jetzt eigentlich schon so... Hier haben wir nämlich das... Hier so ein anderes... Ah ja, ich kann schon. Scheiße! Nein! Ah. Ich habe keinen Bock auf Drohnen. Arcaden, die kann man die wenigstens mehr, aber das lassen wir halt nur. Arcaden mag ich nicht. Dann hätten wir rausgehen sollen, naja. Jetzt ist es zu spät. Ich werde, ich bin in Herrschaft sowieso viel schlechter als in Team Deathmatch. Aber das labert nur, ich sage. Das ist so... Ja. Äh... Die gehen eigentlich, die Gänger. Was? Ein Splitspealer im Gegner, klar. Ne. Flagen wir. Wir einfach... So, alles klar. Es geht los. Oh, Muti-Kling. So, ich habe einen hätte wieder aufgesetzt, das heißt... um wenn ich schätze ich bin klima und jetzt auch irgendjemand So, lass mal zu arbeiten, ich bin gerade beschäftigt mit Gegnern. Ich will nämlich Freude, deswegen. Einkillen an die Spurridor und dann hab ich wieder fast. Ich hab die MP7 aufgehoben, die Overpower der Waffe. Ach, scheiße. So. Lass mal C annehmen und so. Ich hab C gesichert. Drohne kommt. So, geholt wieder jemanden. Drohne, nice, nice, das brauche ich jetzt auch. Ich will die Drohne. Oh, einfach Predator, nachdem ich dieses kleines Move bin. So. Wir haben C verloren. Okay, da. Na ja, komm zu B. Warte, B? Ja. Fuck it, ey. Ich bin gleich tot. Karmflugschrauben. Ha, okay, gut. Guck mal, kennst du das hier? Was, kenn ich? Das hier? Das auch schon mal. Ah ja, das hab ich schon mal gesehen. Das ist geil, oder? Da ist jemand. Ich glaube, okay. Okay, 8-0, die Runde läuft bis jetzt. Nicht, man. Mann. Fuck. 1-7. Oh, scheiße. Äh, Drohne ist nach oben, ich hab schon ne neue. Okay, jetzt kannst du sie raushauen. Ist sie weg? Ne, die ist noch da. Jetzt ist sie weg. Jetzt kann ich raushauen. Okay, so. Oh, das hat er mich wieder, ne. Ich glaub das nicht. Aber das wird schon ne geile Zeit, was meinst du? Ja, das wird geil. Das wird so richtig heftig. Das wird heftig und geil. Oh, da ist jetzt noch einer, ne? So, wieder Predator. Ich hab den übrigens gehört gerade, deswegen hab ich mich so geil umgedreht. Das war richtig heftig. Das war nicht einfach Zufall oder sowas. Sowas passiert mir ja nie. So ein Glück. So ein Glück hab ich nie, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht dran gewöhnen, erst. Weil deswegen das ist so heftig gut, wenn man mit Headset zockt, ne? Ich weiß, das versteht man eigentlich gar nicht. Bravo? Hä, Bravo? Nee, der ist schon gut. Scheiße. Ist aufzähl. Ich hab ne Drohne raus, Drohne. Okay, gut. Ich hab ne Predator. Ich hab ne Predator. Nice, Heli. Nein. Scheiße. Ey, ich hab so eine Predator. Oh, dass das läuft. Ist das dein Ernst? Was? Ich will grad so einen Gegner killen. Der killt mich noch so. Äh. Äh. Das war was Fale gerade. Wollte grad sagen, ich will grad noch so einen Gegner killen. Äh. Oh, ne fucking Claymore, ne? Äh. Ich hab ne Drohne. Ja. Ja, hause bitte raus, ne? Jo. Jo. So weit, so gut. So fast, so gut. Ey, Mann. Deine Drohne ist ja jetzt zu spät. Scheiße. Okay, da hinten sind jetzt welche. Ganz ruhig erstmal. Scheiße, voll daneben. Wir haben einfach verloren. Scheiße. Ist ja egal. Wir gewinnen eh irgendwo. Da ist jemand am Campen. Hier. Hier Schatten. Der war grad geil. Vorräte wieder. Okay, jetzt läuft's wieder gut. Ist ja weh. Ne, du hast die alle weggeholt, oder? Oh. Du gehst gerade auch. Das muss man schon sagen. So. Und du sagst Geschwister. Das seh ich nicht. Leute, das war grad ernst. Ich bin ein Vorher. Was? Einfach Heli. Ne. Das ist scheiße. Das ist scheiße. So. So Heli. Die Runde läuft. Die Runde läuft. Auf jeden Fall. Naja, geht voll. Fuck it. Ja. Jetzt hab ich Kampfenschrauber. Mach mal Vorräte jetzt gleich. Deine Ernst. Was? Auerschlacht. Die Karte fliegen raus. Das hab ich auch so gedacht. Cool. Das wär jetzt zu bohren, ey, gewesen. Das wär so schlapp. Ich glaub nach der Runde ist meine KD endlich mal über 1, ey. So läuft das auch. So alles beide. Fuck it. Ah, ich hätte einfach weiter reinschießen müssen, glaub ich. Äh, ich hab noch meine Drohne raus. Das Haus ist wahrscheinlich schon draußen, aber... Who cares? Who the fuck cares? Irgendwann scheiß. Das sind so viele Leute. Ich würde die so gerne holen. Ich mach Haul jetzt die Sentex rein. Sind die alle weg? Nein. Ich weiß das nicht. Oh, ich nehm jetzt jemanden. Ich hab die MP7 aufgesammelt. Ich traue mich, wenn mein Dings zu haben, wenn ich einen Schatz hier hab, Alter. Die so overported geile Waffe. Lass sie holen, Alter. Lass sie raus holen. Die holen mir dann locker raus. Was? Nein. Okay, MP7 ist gar nicht so gut, wie man denkt. So, Sieg. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls hab ich jetzt momentan jetzt mal schön 29,9. Ey, für meine Hälfte ist das ja ganz okay. So. Wie viele Minuten? Oh, auch nur 10. Aber ich glaub noch ne Herrschaftsrunde ist ein bisschen zu langen. Jo, okay. Ich frag mich grad, was machen wir denn jetzt am besten? Aufhören und wieder neu empfangen. Also, Aufnahme abwischen. Jo, alles klar. Wir bleiben kurz in der Lobby drin. Ich mach schon eine neue Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Bis gleich!